Guten Tag Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video und zwar ist dies die angekündigte Review zu Mac OS X Lion und zwar seht ihr mich nicht, weil ScreenFlow noch nicht mit Lion kompatibel ist, leider, aber soll uns nicht stören. Gehen wir einfach mal direkt drauf ein. Lion ist halt das neue Betriebssystem von Apple, was es seit gestern zum Download gibt, für alle die es noch nicht wissen. Und zwar habe ich mir das natürlich direkt geholt, hat mir das jetzt über Nacht ein wenig angeeignet beziehungsweise das mal etwas getestet und mir die Funktionen alle mal genau angeschaut und ich bin wirklich positiv überrascht. Die Golden Master war ja noch eine reinste Katastrophe aus meiner Sicht. Jetzt ist Lion auf jeden Fall sehr, sehr gut geworden und wirklich auch für den täglichen Gebrauch geeignet. Man muss sich allerdings daran gewöhnen, es gibt einige Neuerungen, die nicht so cool sind, dazu kommen wir allerdings gleich. Zunächst einmal befinden wir uns hier auf meinem Schreibtisch Nr. 6, glaube ich. Ihr wisst ja, eine der größten Veränderungen ist Mission Control. Und Mission Control ist sozusagen die neue Seitenansicht, beziehungsweise die neue Schreibtisch- oder Fensteransicht. Die gibt es jetzt nicht mehr im klassischen Sinne, das bedeutet, früher hatten wir ja das noch, dass jetzt beispielsweise die verschiedenen Fenster so angezeigt wurden. Das sieht jetzt etwas anders aus. Ich werde es euch direkt mal zeigen und zwar folgendermaßen. Wir gehen jetzt in die Mission Control einmal rein. So sieht das jetzt aus. Jetzt sind wir hier in der Mission Control und hier oben haben wir jetzt die verschiedenen Fenster, die ich erstellt habe, beziehungsweise Schreibtische heißt es hier. Und die können wir jetzt hier durchgehen. Haben wir einmal Schreibtisch 5, Schreibtisch 3 und so weiter. Die sind jetzt auch nicht geordnet. Das bedeutet, die kann ich jetzt hier auch x-beliebig ordnen. Und wenn ich jetzt ein neues Fenster hinzufügen möchte, was allerdings wirklich bei einem Neustart sind die noch alle vorhanden. Das bedeutet, ich muss jetzt nicht jedes Mal 6 Fenster erstellen. Dann gehe ich hier einfach oben rechts in die Ecke, drücke auf das Plus hier und dann wird automatisch ein neuer Schreibtisch erzeugt, den wir dann natürlich auch gleichzeitig wieder löschen können, weil wir ihn jetzt so nicht brauchen. So sieht Mission Control aus. Mission Control ist wirklich eine sehr, sehr gute Fensteransicht, wie ich finde. Allerdings ist sie auch sehr, sehr gewöhnungsbedürftig. Ist ähnlich gemacht wie ein Dock. Das bedeutet, wenn man jetzt hier drüber geht, wird auch leicht gesoomt. Jetzt können wir hier beispielsweise mal auf den Internet-Schreibtisch wechseln. Sieht folgendermaßen aus. Ist jetzt hier Google Chrome. Google Chrome wurde schon weitestgehend kompatibel gemacht. Allerdings hat Google Chrome noch einige Tücken. Nämlich, wenn wir jetzt hier diese Full-App-Ansicht, die ja auch wiederum neu ist, auf Lion, wenn wir jetzt hier in diese wechseln, indem wir jetzt hier diese Tasten drücken, dann sind wir zwar im Full-Screen-Modus, allerdings kommen wir jetzt hier bei Google Chrome nicht mehr raus. Das ist so eine Sache, die muss auf jeden Fall noch verbessert werden. Vielleicht wisst ihr ja auch, wie man rauskommt. Vielleicht gibt es da irgendeinen Trick, den ich noch nicht raus habe. Auf jeden Fall in der klassischen Weise kommt man nicht mehr raus. Nämlich normalerweise, das kann ich euch am neuen iTunes demonstrieren, kommt man bei diesen neuen Full-Screen-Apps anders raus. iTunes hat das Ganze auch, die neue Version. Zack, drauf. Und wenn ich jetzt raus möchte, dann kann ich hier oben das Ganze einfach minimieren. Und dann bin ich wieder aus der Full-Screen-Ansicht, beziehungsweise bin ich wieder raus. Und dann habe ich wieder meine normale Ansicht von iTunes. Ihr seht vielleicht, ich habe noch nicht so furchtbar viele Sachen drauf. Liegt daran, dass ich Laien auf einer neuen Partition habe. Auf einer zweiten Partition, beziehungsweise dritten Partition auf meinem MacBook. Das hat folgenden Grund. Ich denke mal, das ist immer sinnvoll, bei der ersten Version eines neuen Betriebssystems noch vorsichtig zu sein, beziehungsweise man weiß ja nicht, was alles funktioniert, was alles damit kompatibel ist. Und man hat ja gesehen, es ist noch nicht alles damit kompatibel. Und es wäre jetzt ärgerlich, wenn ich jetzt ScreenFlow gar nicht mehr nutzen könnte. Deswegen habe ich jetzt hier zwei Partitionen, beziehungsweise drei Partitionen. Auf einer Partition Laien, auf einer anderen Partition Snow Leopard. Und so kann ich immer hin und her wechseln und kann das auch wirklich normal testen. Ich kann alle Programme aus meiner anderen Partition natürlich selbstverständlich verwenden, sofern sie denn kompatibel sind. Wie gesagt, die meisten Programme sind schon kompatibel, wo wir auch schon direkt bei der nächsten Funktion wären. Natürlich ist das das Launchpad. Das sogenannte Launchpad ist eine normale Schreibtischansicht, indem man alle Apps auf den Schreibtisch komprimiert. Sieht folgendermaßen aus. Zack. So sieht das aus. Und ihr seht, jetzt haben wir hier alle Sachen drin. Der Hintergrund ist jetzt ein wenig anders gemacht. Bedeutet, man hat das Ganze jetzt so gemacht, dass man ähnlich wie beim iPad, beim iPhone, also bei allen iOS-Geräten, dass man jetzt eine ähnliche Ansicht hat. Man kann jetzt hier Ordner erstellen. Zack. Und kann da seine Apps bzw. Sachen reinpacken. Die gehen auch genauso zu erstellen wie auf dem iPad. Das heißt, einfach nur drüber ziehen. Dann hat man das Ding da drin. Und wenn man es wieder rausmachen möchte und damit den Ordner auflösen möchte, einfach wieder rausziehen. So geht das ganz einfach. Und das ist jetzt wirklich eine klassische iOS-Ansicht. Was ich ganz lustig finde, auf jeden Fall. Nette Spielerei. Nette Sache. Kommen wir direkt zur nächsten Sache, die von den iOS-Geräten übernommen wurde. Nämlich sind das natürlich die Multi-Touch-Gesten. Multi-Touch-Gesten bedeutet, ihr könnt jetzt mit vier Fingern, mit drei Fingern, mit fünf Fingern verschiedene Sachen machen. Ihr könnt da Bilder drehen und so weiter. Ging ja auch zum Teil schon davor. Jetzt geht es folgendermaßen. Wenn ich jetzt beispielsweise mit drei Fingern nach links oder nach rechts auf meinem Trackpad gehe, dann sieht es folgendermaßen aus. So kann ich jetzt durch die verschiedenen Schreibtische scrollen. So, zack. Und kann ja jetzt die verschiedenen Ansichten hier holen. Das geht immer weiter durch, bis natürlich hinten zum Dashboard. Und ja, das ist eine ganz coole Sache auf jeden Fall. Funktioniert auch alles wirklich sehr flüssig. Ihr seht das. Und insgesamt macht es auch wirklich Spaß, dann damit zu arbeiten. Natürlich haben wir hier noch klassische Ansichten. Der Bildschirmschoner ist auch ein bisschen anders. Zeige ich euch mal ganz kurz. Zack. So. Den kann man aber auch sich so einrichten. Bildschirmschoner ist jetzt schlecht zu zeigen. Allerdings hat sich da jetzt auch nicht furchtbar viel dran verändert. Es gibt natürlich neue Bildschirmschoner und so weiter. Allerdings gefällt mir LINE insgesamt wirklich sehr, sehr gut. Und ich hoffe, ich konnte euch jetzt LINE in der Schnelle mal komplett vorstellen. Wenn ihr jetzt irgendwelche speziellen Sachen habt. Ihr habt noch Fragen zu irgendwas. Oder ihr wisst jetzt noch nicht, wie irgendwas funktioniert. Ihr seid euch noch unschlüssig, wenn ihr es noch nicht installiert habt. Schreibt mir doch bitte diese Fragen alle in die Beschreibung rein. Würde mich sehr freuen, weil ich euch dann auf jeden Fall eine Antwort geben werde. Wenn es irgendwelche Sachen gibt, die ich euch noch zeigen soll. Schreibt mir die bitte auch in die Beschreibung rein. Dann werde ich dazu auf jeden Fall noch ein extra Video machen. Und insgesamt kann ich jetzt nur noch mal abschließend sagen zu LINE. LINE gefällt mir sehr, sehr gut. Man muss sich allerdings erst an viele Sachen gewöhnen. Besonders die Sache mit Mission Control ist gewöhnungsbedürftig. Wenn man sich einmal daran gewöhnt hat, dann funktioniert alles wirklich super, super gut. Und damit soll es das auch eigentlich schon gewesen sein. Ich hoffe natürlich, es hat euch gefallen. Wenn die Review euch gefallen hat, dann denkt wie immer daran, den Daumen nach oben zu machen. Meinen Channel zu abonnieren. Das war es wie gesagt von mir, von dieser LINE Review. Damit bin ich schon wieder raus für heute und sage Peace und bis zum nächsten Video.